Heute bei Hour of Power erleben Sie den zweiten Adventsgottesdienst mit dem Crystal Cathedral Chor und Dorothy Benham. Lassen Sie sich von Bobby Schullers Predigt zum Thema Weihnachten an jedem Tag des Jahres ermutigen und auf die Adventszeit einstimmen. Entdecken Sie Hour of Power, die beste Stunde im Fernsehen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020